Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1062 Abenteuer im Land der Wissenschaft. Wir sind tatsächlich jetzt im Vegapunk Arc angekommen und es wird direkt einmal spannend mit der Cover Story, Ausgabe 20 von Ach was für eine emotionslose Reise der Germa Doppel 6 und wir sehen diesmal gar nicht die Germa Doppel 6, auch nicht Caesar Crone, sondern wir sind zurück in Chocolate Town auf der Kakao Insel und die ist komplett vereist. Ich habe natürlich auch kurz darüber nachgedacht, könnte das Smiley gewesen sein, aber Smiley wurde ja mehr oder weniger zerstört in Punk Hazard. Außerdem hätte er wahrscheinlich nicht diesen Schokoladenbrunnen vereist. Also ich gehe stark davon aus, dass es sich hierbei um Kälte beziehungsweise um Eis handelt und da kommt natürlich nur ein Charakter in Frage, nämlich Kusan. Und das ist für mich auch hier das Wahrscheinlichste und jetzt müssen wir vielleicht mal bei dieser Cover Story zurückblicken in das Kapitel 1046. Dort waren wir nämlich auch in Kakao Island beziehungsweise in Chocolate Town und da sind ja zwei Silhouetten aufgetaucht und ich dachte lange Zeit, das könnten Reizu und Ichichi gewesen sein. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt das Wahrscheinlichste, aber viele hatten ja damals schon die Hoffnung gehabt, das muss die Blackbeard Piratenbande gewesen sein. Und tatsächlich, wenn man sich die Silhouetten jetzt nochmal anschaut, dann kann man da deutlich vielleicht einen Kusan erkennen, der dort aufgetaucht ist und der andere, ja das könnte Van Ogre sein oder weil es für mich ein bisschen feminin wirkt, vielleicht sogar mit meiner Theorie übereinstimmen und wir bekommen hier den 10. Titanic Captain, den ich ja für eine Frau halte. Das bleibt auf jeden Fall schon mal spannend. Wir möchten natürlich auch noch ein paar andere Optionen durchgehen. Es kann natürlich auch sein, dass Kusan unter die Räder gekommen ist und jetzt ein anderer der Blackbeard Piraten die Gefrierfrucht übernommen hat. Ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlicher und die Silhouette spricht eigentlich hier eher für Kusan. Oder ein anderer der vielleicht Blackbeard Piraten hat die Schneefrucht von Monet bekommen. Auch natürlich unwahrscheinlicher. Ich werde jetzt wieder zurück zu Kusan. Das ist für mich das Wahrscheinlichste. Und wir hatten ja alle schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass Blackbeard nicht mehr in die Toadlands kommt und sich dort das Gebiet von Big Mom und natürlich die Robe-Pornoglüfe und alles, was sie mehr oder weniger besitzt, unter den Nagel reißt. Und jetzt sind wir genau wieder an diesem Punkt und das passt sehr gut zu dem zusammen, was ich vor ein paar Kapiteln gesagt habe, als Blackbeard auf Amazon Lily aufgetaucht ist. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum dort nur Vasco Schott und Katharina Devon an seiner Seite warnt. Es kann also durchaus sein, dass er verschiedene Charaktere aus der Blackbeard Piratenbande oder im Falle von Kusan verbündete Charaktere überall auf der Welt verteilt hat. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auch hier nur zwei Charaktere sind und ich halte jetzt mal Kusan für jemanden, der es tatsächlich mit einem Katakuri aufnehmen könnte, dann sind vielleicht die anderen Mitglieder der Blackbeard Piratenbande nochmal ganz woanders da und er macht jetzt gerade einen riesigen Raid in der neuen Welt. Beziehungsweise, er war ja im Calm Belt, als er selbst auf Amazon Lily war und damit müssen wir natürlich auch die erste Hälfte der Grand Line das Paradies mit einziehen. Also könnte das ein richtig großer Rundumschlag hier von Blackbeard sein und er holt sich nicht nur eine Sache, die sich sonst die Marine holen würde, sondern gleich mehrere Sachen und das lässt natürlich wieder Spekulationsspielraum zu und macht die ganze Sache wieder spannend. Ich finde gerade, diese Cover-Story ist gerade mega interessant geworden. Ich bin auch gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Wir springen jetzt allerdings direkt in das Kapitel und dort sind wir erst einmal wieder bei der Strohhutbande, die gerade von diesem riesigen Roboter aus dem Meer hochgehoben wurde und jetzt vor Dr. Vegapunk steht, beziehungsweise einem Dr. Vegapunk, aber dazu komme ich später gleich. Denn hier haben wir einen Dr. Vegapunk und zwar Lilith, die Böse oder die Gemeine. Und ja, so kam sie auch ein bisschen rüber. Absolute zundere Vibes bei diesem Charakter, aber ich mag dieses Charakter-Design. Und die hat ja hier nochmal bestätigt, ja gerettet habe ich euch nicht. Ich bin Dr. Vegapunk und ihr gebt mir jetzt eure Schätze, denn ich brauche unglaublich viel Geld für meine Erfindung. Und hier sehen wir erst einmal so ein paar Reaktionen der Strohhutbande auf diese Dr. Vegapunk. Natürlich ist Sanji direkt Hals über Kopf in dieses Design verliebt. Frankie fangirlt hier aber auch so ein bisschen ab. Oh mein Gott, du bist dieser Vegapunk. Ich war zwei Jahre in deinem Heimatdorf in Baltimore auf Karakuri Island und habe nicht mal geschafft, alles wirklich zu bekommen. Ich muss dir so viele Dinge zeigen. Ich habe so viel von dir gelernt. Usopp ist auch erst mal so begeistert von dem riesigen Roboter. Als er dann aber erfährt, dass Vegapunk hier der Feind ist, ist er nicht mehr so begeistert. Genauso wie Nami und Brook. Die gehen dann so in Richtung Angsthasentrio. Chopper ist ja irgendwie nicht dabei. Aber hier wird auch nochmal erwähnt, dass es cool wäre, wenn Ruffy und Chopper jetzt dabei wäre, damit die beiden Charaktere eben auch diesen riesigen Roboter sehen. Und dann haben wir natürlich die coole Fraktion der Strohhutbande in Form von Zorro und Nico Robin. Und die bleiben komplett ruhig. Und Nico Robin macht hier direkt mal so ein paar Aufklärungen, die wir uns ja auch quasi gemacht haben nach dem letzten Kapitel. Das ist nicht Dr. Vegapunk. Da stimmt irgendetwas nicht. Denn zum einen Dr. Vegapunk ist keine Frau und zum anderen Dr. Vegapunk ist nicht so jung. Denn er ist ein alter Mann, so viel sie weiß. Und er ist schon so ewig unterwegs, dass das eben kein junges Mädchen sein kann. Und hier bekommen wir jetzt so ein bisschen die Aufklärung von dieser Lilith, die sich dann auch hier vorstellt und sagt, nein, sie ist natürlich nicht der Dr. Vegapunk. Hier wird von einem Stella gesprochen, den Stella Körper, was höchstwahrscheinlich der Urkörper von Dr. Vegapunk ist. Wo der genau ist, ist ein bisschen schwierig. Sie sagt aber einfach nur hier, sie ist einer der Satelliten, nämlich ein Teil von Dr. Vegapunk. In dem Fall der böse oder der gemeine Teil von Dr. Vegapunk. Und die hat jetzt hier ihren Auftrag. Und sie hat nämlich hier die Strohhutbande nicht nur hochgehoben, sondern sie hat sie komplett umzingelt. Hier tauchen jetzt sogenannte Meeresbestien auf. Sie sehen sehr stark nach Seekönigen aus, aber Seekönig wird hier nicht explizit genannt und hat die komplette 1000 Sunny, die sie in den Armen hält mit dem riesigen Roboter, komplett umzingelt und denkt, sie wäre hier komplett im Vorteil. Aber ich habe es ja eben schon erwähnt. Robin bleibt ruhig. Zorro bleibt auch ruhig. Und ich habe es in der letzten Review schon gesagt, was will Dr. Vegapunk hier eigentlich gegen den Zorro machen? Und jetzt wird sie hier angefunkt und zwar von einem weiteren Satelliten und zwar die Nummer 1. Und das ist Chaka der Gute. Und der redet jetzt erst mal dieser Lilith ins Gewissen und sagt, du hast hier gerade einen riesengroßen Fehler gemacht. Das weißt du schon, oder? Du weißt schon, wer das ist. Das ist die Strohhutbande. Die sind gerade eine Kaiser-Crew geworden. Du hast keine Chance gegen die Strohhutbande. Und Lilith versteht das nicht so ganz. Sie sagt, ja, okay, hey, Strohhutbande, Kaiser-Crew, die haben bestimmt viele Schätze. Gib mir diese Schätze. Und er sagt, nein, nein, du verstehst nicht ganz. Dieser Schwertkämpfer, guck dir den mal genau an. Scheinbar tut Chaka das hier ganz genau überwachen, was da gerade passiert. Der hat einen ganz ernsten Blick und der könnte dich dort, wo er steht, gerade komplett abschlachten. Ja, das ist Zorro der Piratenjäger. Der ist eine Milliarde, 111 Millionen Berry wert. Du bist hier komplett im Nachteil. Und jetzt beginnt Lilith da auch dran zu glauben und sagt, okay, ich habe hier wirklich einen Fehler gemacht. Was mache ich denn jetzt hier? Und dieser Chaka sagt, ja, kein Problem. Ich habe ein großes Interesse an dieser Crew. Bring die jetzt erst mal hin. Und damit sollte eigentlich auch bestätigt sein, dass der Rest der Strohhutbande, abgesehen von Ruffy, Jinbei und Chopper, jetzt auch erst mal in Richtung Egghead Island marschieren, zusammen mit diesem Roboter. Im Grunde hatte dann Nami hier doch recht. Sie wurden am Ende von Dr. Vegapunk aus diesem eisigen Meer gerettet. Wir kommen quasi zur zweiten Episode in diesem Kapitel, natürlich zu Ruffys Gruppe, zusammen mit Chopper, Jinbei und Boggy. Nein, natürlich heißt sie nicht Boggy, sondern Jolie Bonny. Aber Ruffy hat natürlich den Namen von ihr schon wieder vergessen. Und wir bekommen direkt einmal krasse Enthüllungen zu Jolie Bonny, die viele Theorien zerschlagen und natürlich die ein oder andere Theorie bestätigen. Und zwar, wie alt ist eigentlich Jolie Bonny? Da hat ja Oda auch immer so ein großes Geheimnis drum gemacht. Hat gesagt vor dem Timeskip, sie ist 22 Jahre alt. Geschätzt. Jetzt ist sie natürlich dann 24 Jahre alt. Geschätzt, weil zwei Jahre Timeskip. Und nein, das ist wahrscheinlich sogar ihr richtiges Alter. Also das geschätzt können wir jetzt wegnehmen. Denn sie offenbart erst einmal, ja, dass sie als Kind schon auf dieser Insel gewesen ist. Aber damals war es nur eine einfache Insel mit einem Labor. Und da war noch nicht so viel Aufsehen rund um Vegapunk. Und sie bestätigt, dass sie die Tochter von Bartholomew Kuma ist. Das heißt also, sie kann nicht älter als Kuma sein. Und sie kann auch kein Kind mehr sein, wenn sie vor vielen Jahren schon auf dieser Insel war als Kind. Heißt also, 24 ist höchstwahrscheinlich ihr echtes Alter. Finde ich aber auch ziemlich gut. War lange Zeit auch meine Theorie immer, wenn es darum ging. Und macht die ganze Sache auch einfacher. Jetzt will ich nur noch wissen, was hat sie für eine Teufelsfrucht und wie funktioniert diese Teufelsfrucht ganz genau. Jedenfalls, sie klettern jetzt in das Labor von Dr. Vegapunk oder zumindest eines dieser Labore. Und ja, damit beginnen die Abenteurer im Land der Wissenschaft. Und das sind absolut coole wissenschaftliche Dinge dort. Erstmal ein Weltraummonster, ein riesiger Roboter, ein riesiges Parfait. Und Ruffy, der will erstmal gegen dieses wissenschaftliche Zeug kämpfen. So sieht es zumindest aus. Oder er will sich hochschleudern. Obwohl Jinbei und Chopper da erstmal sagen, sei erstmal vorsichtig. Er schleudert sich nach oben und wird erstmal von diesem Weltraummonster verschluckt. Kommt aber am Hinterkopf wieder raus und fliegt gegen die Wand und wundert sich. Moment mal, ich wurde doch hier gerade verschluckt. Wie kann ich dann jetzt auf einmal hier wieder raus sein? Als nächstes richten sie sich an dieses riesige Parfait, weil sie haben extrem viel Hunger. Und hier sind sich Jolie, Bonnie und Ruffy einig. Sie müssen unbedingt jetzt was zu essen finden. Und versuchen dann halt alle auf dieses Parfait zu stürzen, inklusive Chopper. Sie fallen wieder durch dieses Parfait durch. Hier eine ganz witzige Szene, weil Ruffy versucht die ganze Zeit dieses Parfait zu greifen. Chopper versucht reinzubeißen. Und auch Jolie, Bonnie hat so viel Hunger, dass sie da die ganze Zeit versucht zu greifen. Und sie sagen auch hier, ja das macht uns jetzt nur noch hungriger. Wir sind jetzt richtig wütend. Und dort taucht dann ein riesengroßes Mädchen auf. Aber die hat auch Schafsohren und sieht ein bisschen aus wie eine weibliche Version von Astro Boy. Und ja, die bekommt dann erstmal so ein bisschen Aufklärung. Jinbe hat es nämlich schon erkannt, das sind alles Hologramme. Und das gibt es halt in der Welt von One Piece noch nicht. Jinbe hat auch nur davon gehört. Er sagt hier, ich habe es in echt selbst noch gar nicht so gesehen. Aber dieses Mädchen klärt jetzt erstmal auf, hey, ich bin auch Vegapunk. Ja, also ich bin auch einer dieser Satelliten. An dieser Stelle sehen wir auch ihre Nummer. Sie ist Punk06 Atlas. Und Atlas wird hier vorgestellt als die Zornige oder die Gewalttätige. Obwohl sie gar nicht so rüberkommt. Aber sie ist ein bisschen zornig drauf, das kann man schon sagen. Sie hat auch spezielle Handschuhe, mit denen sie diese Hologramme greifen kann oder sogar schlagen kann. Und das geht halt eben nur mit diesen Hologrammen und redet halt natürlich viel wissenschaftliches Zeug. Und was dieses Mädchen quasi so wütend macht, ist einfach die Tatsache, dass sie zu wenig Geld haben. Denn er würde nämlich diese ganzen Erfindungen gerne fertigstellen. Und dafür braucht man halt viele Wissenschaftler, damit in die Massenproduktion gegangen wird. Aber es kommt kein Geld rein. Keiner der Sponsoren ist noch da, der da richtig Geld rein buffert. Und hier an der Stelle können wir eigentlich davon ausgehen, dass Vegapunk tatsächlich die Weltregierung und die Marine lange Zeit einfach ausgenutzt hat, um Ressourcen zu bekommen. Aber scheinbar haben sie ihm so ein bisschen den Hahn zugedreht. Und dann richten wir uns nämlich die Aufmerksamkeit zu einer Art Verkaufsautomat. Da kann man auf tolle blinkende Buttons drücken und dort kommt dann Essen raus. Das ist eine Kochmaschine, die Vegapunk erfunden hat. Und da kommt scheinbar wirkliches, richtiges und leckeres Essen raus. Und Ruffy und Bonnie und Chopper bedienen sich ja auch direkt daran und finden es voll lecker. Aber auch hier sagt natürlich Atlas, ja, ich würde da gerne in die Massenproduktion gehen. Aber man muss sich exakt an die Pläne halten. Es gibt nicht so genug Techniker. Und das ist halt wieder so eine Idee, die dann hier versauert und findet das gar nicht cool. Was allerdings cool ist, dass dieses ganze Gerät, also dieser Automat mit allen Lebensmitteln, die da drin sind, unter einer Minute 500 verschiedene Gerichte zubereiten kann. Und es gibt auch noch so ein quasi Überreste-Programm. Das soll sogar das Beste sein. Wenn also nicht mehr genug übrig ist von allem, wird das einfach alles zu so einer Pampe zusammengewirfelt und dann kommt dann trotzdem noch Essen raus. Also ist eigentlich eine Mega-Erfindung. Würde sogar beispielsweise einen Sanji irgendwie überflüssig machen. Aber ich denke, das Essen im Bharati und natürlich auch allen voran das von Sanji wird natürlich nochmal deutlich besser schmecken als das eben aus diesem Automat. Könnte mal vorstellen, dass Sanji über diesen Automat wütend wird und wenn er ihn sieht, dann irgendwie auch kaputt tritt und dann wieder den Zorn von Vegapunk auf sich zieht. Also das könnte noch eine sehr interessante Stelle werden. Was wir auch noch hier kurz anmerken können, ist, dass Ruffy wütend wird über diese ganzen Hologramme und vor allem auch über das Parfait, was er nicht essen konnte. Und kurz mal ins, ja, ich würde sagen, Gear 5, Gear 4 Mix geht. Aber er wirkt nicht wirklich wie Nika. Also die Haare bleiben weiterhin überwiegend schwarz und er ist auch eher wütend als lustig drauf. Also das hat ihn da schon so ein bisschen gereizt. Sie verstehen sich aber mehr oder weniger hier mit Atlas, obwohl das ja wie der Name schon suggeriert die Zornige oder halt die Gewalttätige ist. Aber dann kommen wir auch schon zur dritten Episode und jetzt wird es ganz wild in diesem Kapitel. Denn wir befinden uns in der neuen Welt, nicht mehr auf Egghead Island, aber da soll es jetzt hingehen. Und wir haben die Cypher Pole Aegis Zero. Und zwar die maskierten Attentäter sind unterwegs, zusammen mit Rob Luchi, mit Kaku und mit Stassi. Und die haben direkt einen Auftrag bekommen. Und zwar sie sollen alle Dr. Vegapunks eliminieren. Uff. Also wie viele Dr. Vegapunks gibt es denn eigentlich? Wir müssen davon ausgehen, dass es sechs Stück gibt. Da gibt es zum einen natürlich die 0.1. Das ist Chaka der Gute. 0.2 ist Lilith die Böse. Dann kommen wir zu Nummer 3. Das ist Edison der Denker. Dann kommen wir zu 0.4. Das ist Pythagoras der Weise. Dann kommen wir zu 0.5. Und hier steht eigentlich Atlas. Aber da Atlas auf ihrem Kleidchen die sechs hat, gehe ich eher davon aus, dass hier eine kleine Verwirrung drin ist. Dort haben wir nämlich dann bei der 0.5 eher York. Und York ist der Gierige. Wobei das natürlich auch irgendwie zu Lilith passt. Denn alle irgendwie diese Vegapunks wollen mehr Geld haben, mehr Forschungsgelder. Also irgendwo sind die da alle irgendwo verteilt. Und 0.6 ist natürlich Atlas, die zornige oder die gewalttätige. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Gibt es noch einen Stellar? Weil das sind alles Satelliten, der die kontrolliert. Also einen wahren Körper von Dr. Vegapunk oder ist vielleicht sogar Chaka der wahre Körper von Dr. Vegapunk. Denn dort sehen wir den nämlich nur von hinten. Und der hat so einen Deathpunk-Hut auf. Oder beziehungsweise diesen Helm, den auch Jude Ron unter anderem trägt. Falls ihr diesen YouTuber kennt. Könnte dann sein, dass das vielleicht der Stellar ist. Also weil das ja auch die 0.1 ist. Und Vegapunk hat sich einfach gesplittet in sechs Personen. Oder es gibt halt wirklich noch diesen wahren Körper in irgendeiner Kapsel, der diese sechs Personen halt irgendwie auch steuert. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Weil die haben alle ihre eigene Persönlichkeit. Die interagieren auch so ein bisschen unabhängig voneinander. Denn wir haben ja am Anfang die Szene, dass Chaka Lilith darauf hinweist, dass sie da hier gerade einen Fehler macht. Also glaube ich schon, dass sich Vegapunk hier aufgeteilt hat. Und der wahre Körper entweder Chaka ist. Oder der halt gar nicht mehr existiert, weil er vielleicht schon zu alt gewesen ist. Und das passt natürlich auch zu der Aussage hier der Cypher-Pol 0. Nämlich, dass sie alle Vegapunks eliminieren sollen. Und wenn es dann auch nur diesen Stellar geben würde, ja dann bräuchte man vielleicht nur den töten. Und die anderen würden dann irgendwie zusammen krachen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann diesen einen Stellar gibt, der die andere kontrolliert. Der Stellar ist wahrscheinlich 0.1 Chaka. Ist jetzt alles ein bisschen verwirrend, was ich gesagt habe. Aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Und ich denke, wir werden auch in den nächsten Kapiteln dann erfahren. Und hoffentlich auch die anderen drei Vegapunks zu Gesicht bekommen. Warum? Es gibt aber hier noch ein paar weitere interessante Sachen. Denn zum einen hat Rob Luchy so ein bisschen das Problem mit Vegapunk und sagt, das ist alles so völlig verwirrend. Das ist zwar ein Genie, aber irgendwo ist das auch ein Wahnsinniger. Und ich soll hier der Verrückte sein, dass ich das Ganze nicht so nachvollziehen kann. Aber er sagt auch, dass sie jetzt hier Vegapunk eliminieren sollen. Ist halt kompletter Schwachsinn. Und da stehe ich bei ihm. Weil warum sollte man Vegapunk vernichten? Denn, wie es Rob Luchy hier richtig im Kapitel sagt, er ist der nützlichste Mensch der Welt. Er ist ja auch das Genie überhaupt. Und allein diese Erfindungen, die nicht richtig ausgebaut sind, die sind eigentlich schon fast perfekt. Und wir haben ja auch noch die Sache mit der Teufelsfrucht von Momonosuke, die wir hoffentlich auch noch aufgeklärt bekommen. Es macht ja gar keinen Sinn, ihn zu eliminieren. Und im Arc davor, im Wano Kuniak, ihr erinnert euch an die Szene mit der Cypher-Polar-Ege Zero und Orochi, wo Orochi gesagt hat, gebt mir Vegapunk. Und die gesagt haben, das geht nicht. No way. Können wir nicht machen. Warum nicht? Wenn sie ihn eh loswerden wollten. Aber ja, vielleicht weiß er zu viel. Vielleicht sollte er einfach langsam mal eliminiert werden, weil er zum Problem geworden ist. Und jetzt wird es nochmal super interessant. Denn jetzt kommen wir nochmal zu dieser Superwaffe, die scheinbar Imsama dort eingesetzt hat bei Lulusia. Denn dort spricht Rob Luschi dazu, dass das vielleicht etwas miteinander zu tun haben könnte. Und dann sind wir doch vielleicht wieder von dem Gedanken, dass diese Superwaffe Uranus sein könnte, weg. Und es ist am Ende doch nur eine Erfindung von Vegapunk. Und diese Laserstrahlen sind vielleicht die Strahlen von Kizaru, die halt eben auch bei den Pazifister oder bei den Seraphim eingebaut wurden. Und Stichwort Seraphim. Wir sehen einen neuen Seraphim in diesem Kapitel. Der ist allerdings kein Kind und hat auch allgemein ein paar andere Merkmale. Es ist natürlich der Seraphim von Kuma. Es ist natürlich nicht der Original Kuma. Der ist ja gerade in Momoeira Island im Kamebaka Königinreich. Wir haben ihn ja gesehen bei der Revolutionsarmee. Und er hat natürlich die schwarzen Flügel, hat allerdings auch schwarze Haare. Das passt nicht zu den anderen Seraphim zusammen. Und er wirkt auch ein bisschen erwachsener. So eher im Teenager-Alter und nicht so wirklich kindlich wie eben der Hancock Seraphim oder der Mihawk Seraphim, die wir bereits gesehen haben. Und mit dem zusammen und den drei Einheiten jetzt hier von der Cypher-Pole sollen sie alle Vegapunks töten. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber der Strang wird dadurch halt ein bisschen eindeutiger. Denn jetzt wissen wir ganz genau, Vegapunk wird sich mit der Strohhutbande verbünden. Klar, der steht ja auch so ein bisschen mit dem Popo zur Wand, wenn jetzt die Weltregierung kommt und den eliminieren möchte. Und ich denke, die wissen ganz genau, was ein Vegapunk drauf hat und haben das genau abgetastet, wen sie dorthin schicken. Es bleibt spannend. Und was auch noch interessant ist, diese Sache mit dem Lulusia-Vorfall, da klärt nämlich Stassi nochmal auf, keine dummen Fragen stellen. Das geht uns nichts an, was da passiert ist in Lulusia. Da sollten wir eben uns raushalten. Auch nochmal ganz spannend, die ganze Geschichte. Also, was ist mit der Superwaffe? Was ist mit den Vegapunks? Dieses Kapitel beantwortet so viel und wirft auch sofort wieder so viele neue Fragen auf. Es war für mich einfach ein fantastisches Kapitel. Was habt ihr von diesem Kapitel gehalten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vergesst natürlich nicht eure Fragen für die Nachbesprechung Q&A morgen um 15 Uhr hier auf YouTube. Einfach, nachdem ihr die Review gehört habt, eure Frage unten in die Kommentare schreiben und dann versuche ich diese im Livestream zu beantworten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Reviews und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund. Bleibt am Leben. Bleibt One Piece gewogen. Bleibt mir gewogen. Ade! Biss! Vielen Dank.